... und Helge Schneider. Helge Schneezi, wer Ripper sagt? Tio, aha, oh! Was ist so los in diesem Land? Alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist so los in diesem Land? Alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist so los in diesem Land? Bei uns zu Hause wohnt ein rosa Elefant. Was ist so los in diesem Land? Oh, alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Helge, was geht ab? Jo, sieh, du, was geht ab? Alles klar. Na klar. Bist du schon lange da? Ja, ich warte auf mein Skateboard. Cool. Und sonst so? Nix. Aha. Auch ein Schluck von meinem Bier? Na gut, okay, dann bleib ich noch ein Weilchen hier. Du, sieh, du. Was geht? Sag mal, hast du nicht was zu tun? Nee, Helge, ich hab doch keine Arbeit. Hammer, fett, bombe, krass. Was ist so los in diesem Land? Oh, alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist so los in diesem Land? Oh, alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist so los in diesem Land? Bei uns zu Hause wohnt ein rosa Elefant. Was ist so los in diesem Land? Oh, alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Sieh, sieh, du, keine Arbeit. Respekt dafür. Ein richtig fauler Arbeitsloser steckt in dir. Äh, wieso? Ich bin doch fleißig, fleißig am Chillen. Und ob das, was die anderen machen, scheiße. Schön. Pass mal auf, mein Junge, ich muss dir jetzt was sagen. Aha. Schweren Koffer kann man nicht alleine tragen. Wenn du aus dem Wasser kommst, dann bist du immer nass. Okay, ich hab verstanden. Hammer, fett, bombe, krass. Oh. Hey, was ist so los in diesem Land? Oh, alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist so los in diesem Land? Oh, alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Hey, was ist so los in diesem Land? Bei uns zu Hause wohnt ein rosa Elefant. Aha. Was ist so los in diesem Land? Oh, alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Schuster, Lehrer, Polizist, Gründer, Papst und Kommunist. Siemens, Kassel, FBI, Atomfabrik und Bibibrei. Mr. Bennett, AIG, Microsoft und KDB, KGB und Leckermann. Und der Wecker, Leckerland. Schlecker, Milka, Mannesmann. Und der Flassensammelmann. China, Restaurant, Type-B, Avatare in 3D. Grüne Karte für L.A., Fotoshooting, ja okay. Wirklich alle Leute gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist so los in diesem Land? Oh, alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist so los in diesem Land? Oh, alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist so los, was ist so los?